So, ich habe dann also nochmal die Schaltung vom letzten Mal aufgebaut, hier habe ich nochmal die Spannungsquelle U gleich 1 Volt, ein Widerstand, 1 Ohm, den Kondensator von einem Farad und jetzt simuliere ich die Schaltung noch einmal, starte die Simulation und gucke mir jetzt zunächst einmal die Spannung an, Trace, Add Trace, jetzt interessieren mich nur die Spannungen, da habe ich die Spannung am Kondensator, ich mache das mal ein bisschen ab. Sichtbarer, Spannungen sind in den Büchern meistens blau, dann gebe ich auch eine blaue Farbe, mache das mal ein bisschen dicker, damit man den Verlauf der Spannung sieht, also man sieht der Kondensator wird langsam aufgeladen, die Spannung steigt an und geht dann asymptotisch gegen diese 1 Volt, also gegen die Betriebsspannung. Dazu möchte ich noch eine zweite Kurve anzeigen lassen und zwar die Stromstärke durch die gesamte Schaltung, das mache ich auf einer neuen Achse, weil ich ja hier diese Achse mit Spannungen eingeteilt habe, das heißt ich brauche noch eine zweite Achse für die Ströme, also eine zweite Y-Achse und da kann ich jetzt sagen, Add Trace und ich gucke mir mal den Strom an. So, den mache ich auch mal ein bisschen dicker, Ströme sind in den Büchern meistens rot, dann nehme ich hier auch mal ein rot dafür, dann nehme ich mal das rot und ein bisschen dicker. So, und auch da sieht man, dass der Strom die Stromstärke langsam abnimmt, am Anfang ist auf dem Kondensator, ich gehe nochmal eben auf die Schaltung, ist der Kondensator ja entladen und bei dem entladenen Kondensator ist die Spannung gleich 0, sodass hier der maximale Strom fließt. Anschließend lädt der Kondensator sich auf, das heißt die Spannung, die hier am Kondensator abfällt, wird immer größer, sodass die Spannung am Widerstand immer kleiner wird und entsprechend natürlich auch weniger Strom fließt. Das kann man hier ganz gut sehen, der Strom geht hier langsam ab. So, in den Lehrbüchern findet man zu diesen Formeln, zu diesen Verläufen entsprechende Formeln. Ich werde auch einmal ein Video drehen, wo ich diese Formeln herleite. Zunächst einmal möchte ich jetzt in diesem Video erstmal zeigen, wie man mit diesen Formeln rechnet und was diese Formeln bedeuten. Ich schreibe die Formeln dazu mal an. So, dann gucke ich mir zunächst einmal den Spannungsverlauf an. Die Spannung, da oben ist sie, hat die Gleichung, ich schreibe es hier mal auf. U von T, U von T ist gleich und dann die Betriebsspannung, ich nenne sie hier mal UB, mal und jetzt kommt eine 1 minus und jetzt kommt eine E-Funktion. E hoch minus die Zeit T geteilt durch R mal C. Klammer zu. So, die Zahl E, das ist die Eulersche Zahl, die findest du auch auf deinem Taschenrechner. Da findest du auch eine Funktion E hoch X. Und wenn du da beispielsweise E hoch 0 eingibst, dann kommt da 1 raus. Alles, was man mit 0 potenziert, ist ja 1. Aber wenn du zum Beispiel E hoch 1 eingibst, dann kommt da die Zahl E raus. Und die Zahl E ist dann ungefähr 2, ich schreibe es da oben mal hin. E ist die Eulersche Zahl, ist ungefähr 2,71828 und so weiter. Die Eulersche Zahl E hat sehr große Bedeutungen innerhalb der Technik, innerhalb der Physik. Auch biologische Prozesse werden mit der Eulerschen Zahl ganz gut beschrieben. Insofern wirst du mit der Eulerschen Zahl E sehr viel zu tun haben. Und wichtig ist sie eben auch bei der Kondensatoraufladung. Ich rechne dazu gleich mal ein Beispiel. Okay, dann die Stromabnahme ist auch wieder eine Funktion. Ich schreibe die Funktion für die Stromabnahme mal hier hin. Also I von T ist gleich. Die Anfangsstromstärke ist ja gleich unsere Betriebsspannung geteilt durch R. Wenn der Kondensator entladen ist, dann wird der Strom ja durch den Widerstand R begrenzt. Und dann mal und dann direkt die Funktion E hoch minus T durch R mal C. Und weil dieses R mal C laufend auftritt, nennt man dieses R mal C, ich schreibe das hier oben mal hin, R mal C ist gleich ein griechisches Tau. Das ist die Zeitkonstante, mit der letztendlich die Spannung hier ansteigt, beziehungsweise der Strom abfällt. Okay, wir rechnen mal ein Beispiel dazu. Wir möchten zum Beispiel wissen, wie groß ist die Spannung zum Zeitpunkt T gleich 2 Sekunden. Das heißt, wir berechnen diesen Wert hier oben, ich schalte mal eben wieder auf blau, berechnen diesen Wert hier oben, diesen hier und muss dann für T gleich 2 Sekunden eintragen. Das heißt, da steht dann U von T von T gleich 2 Sekunden ist gleich. Wir hatten in unserer Schaltung eine Spannung von einem Volt mal und dann 1 minus E hoch minus und dann 2 Sekunden geteilt durch. Und jetzt müssen wir das R mal C mal ausrechnen. R mal C, in diesem Fall ist R mal C gleich 1 Volt. mal und für den Kondensator hatten wir ein Verrat, ein Verrat und ein Verrat ist eine Ampere Sekunde pro Volt. Ampere Sekunde pro Volt. R ist natürlich nicht ein Volt, sondern ein Ohm, also ein Volt geteilt durch Ampere. So natürlich, also R ist 1 Volt durch Ampere mal 1 Sekunde pro Volt und dann kann ich das Volt kürzen und ich kann das Ampere kürzen. Und dann bleibt für R mal C gleich 1 Sekunde übrig. Das heißt, unser Tau ist gleich 1 Sekunde. Das heißt, hier muss ich durch 1 Sekunde teilen. Okay, und wenn ich das in den Taschenrechner eingebe, dann kommt daraus 0,86 Volt. 0,86 Volt. Und wenn ich das mit dem Wert vergleiche, den ich hier in der Simulation raus habe, dann passt das ziemlich gut. Das heißt, ich komme im Prinzip auf diesen Wert hier vorne. So, ein bisschen hoch gekommen. Also 0,86 Volt. Das gleiche kann ich auch mal für die Stromstärke machen. Das heißt, ich rechne hier mal den Strom aus. I von T. I von T. Ist gleich UB war 1 Volt. Durch 1 Ohm. Durch 1 Ohm, genau. Das ist ja gleich 1 Ampere. Mal E hoch minus. Wir möchten den Strom zum Zeitpunkt 2 Sekunden haben. Unser Tau war 1 Sekunde. Und wenn ich das jetzt in den Taschenrechner eingebe, dann kommt daraus, dass der Strom gleich 135 Milliampere beträgt. So, ich gucke mir das mal an, ob das passen kann. Ich habe hier, auf der Linie habe ich hier 100 Milliampere. Da habe ich 150 Milliampere. Das passt also ganz gut. Hier in dem Bereich habe ich jetzt meine Stromstärke von 135 Milliampere. Das heißt, man kann einfach in diese entsprechende Formel die Zeit eintragen. Hier unten lasst er mal C berechnen und dann die Werte hier eintragen und bekommt dann entsprechend die Spannung beziehungsweise den Strom an dem entsprechenden Zeitpunkt. Und dann geht's mir nämlich um إch